Ja, ein herzliches Hallöchen und Willkommen, meine lieben Leute von heute, zur nächsten Folge von Entschrowded. Ich stehe hier diesmal woanders oben, nämlich hier wieder, ich stehe jedes Mal irgendwo oben. Es ist einfach so, ich stehe mit dahin, wo immer hin. Ah, so geil, so da ihr Lieben, ich gehe weiter, ich gehe weiter hier drüben ins Zuhause, da drüben ist die Höhle. Ich muss über das Miasma, über das Tödliche und was ich weiß, ist es tatsächlich so, dass man drüber gehen kann, über Weizloh. Ja, ich bin einmal gespannt Leute, über das Weidenkloh. Ähm, ja, es geht weiter mit der Reise Richtung Düstertickicht, Richtung Handspindel der Jägerin, was wirklich nicht ohne ist. Da, ja, wir sehen uns da aber gleich nach dem Schneiden wieder, es lädt nämlich immer ewig. So, da bin ich, ich bin hier in meinem Revier, genau, ich bin hier, ich muss hier weiter. Also, so, sind die Feinde wieder da oder ich habe keine Ahnung. Nö, nö, passt. Also, es sind viele Feinde. Ja, ich habe keinen Stress, ich mache mir nämlich immer, ich habe mir in letzter Zeit, die letzten Folgen und so, sogar, richtiggehend Stress gemacht. Boah, ich muss es endlich schaffen, das kann jetzt sicherlich unweilig mit der Zeit und gar noch was. Aber jetzt mache ich es doch nicht mehr, weil es einfach scheckerlich ist. Äh, ich finde, ich kann so lange herumfeißen überall, wo ich so lange bin, Leute. Weil es ist einfach ein Uncut-Let's-Play, Leute, und so soll es auch bleiben. Ich muss die Kassen. Die Dinger dazu stören, die Monster-Monster. Für mich sind das einfach Monster-Löte. Krass. Einer nach dem anderen. Ich muss durch dieses Ding hier durch, durch Weizloß, bin ich wieder am Weidenklo. Ja, in der letzten Folge war ich Weidenklo. Das ist jetzt einfach so. Da will ich durchmarschieren, weil ich glaube, hier komme ich über die Brücken, da so eine kaputte Brücke. Ich hoffe, ich schaffe das. Zum Überqueren. Was ist denn das da eigentlich? Tatsächlich esse ich jetzt noch mal was. Weil da ist nämlich so ein... Keine Ahnung. Schaut einmal. Ich glaube, ich hoffe, ich glaube, ich hoffe, ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, ich glaube, ich kann da nirgends hin. Wenn ich da runterfalle, bin ich tot. Da kann man nicht einmal mit dem Greifhaken hin. Schaut einmal. Was ist das da? Eine Bombe. Da gibt es nicht einmal irgendwas mit dem Greifhaken zu machen. Über die Brücke. Ja, ich habe es geschafft. Super. Leute, geil. Ja, ich habe wieder die Falle nicht gesehen, weil er schattig ist. Ach, Leute. Ähm, ja. Da drinnen, da gehe ich einmal rein. Leute, geil. Dietrich. Ich habe keinen Dietrich bei mir. Schade. Aber es ist ja... Ah. Entschuldigung. Du bist ein Vieh und hast mich gerade erschreckt. Boah. Echt jetzt. Aber echte. Servus. Opala. Tschüss. Die Rappen. Ja, nehmen wir das ganze Fell. Ich glaube, das brauche ich nämlich auch einmal. Flaschen. Lecker. Was ist denn da drin? Hallo? Hallo? So geil. Diese Gegend ist richtig cool. Und das Geilste ist ja, ich bin übers Tötige im Asma hinweg. Da einmal wieder... Was... Oh, Servus. Sag einmal, du schaust auch nicht gut aus. Kann das sein? Ah. Die ziehen aber viel ab, Leute. Servus. Du schaust nicht gut aus. Kollege, ich habe keinen Dietrich. Ja, ich muss wieder mal Dietrich hierher stellen, Leute. Da schauen wir mal. Alles voller tödlichen Miasma. Hallo? Ist da jemand? Man, 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 jemand. Gesundheit. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich renne einfach nur den Marker. Erdbeeren. Ich kann schon wieder einsammeln, glaube ich. Ernten. Erntezeit. So. Irgendwo. Was ist das da? Schaut einmal da. Genau. Das baue ich wieder, wenn ich verliere. Das ist gut, Leute. Was ist das da? Was ist das da? Ein Schildwein. Ein Schildwein. Was hast du denn? Was hast du denn für... Achso. Fleisch. Fleisch. Ähm. Ich sollte was essen. Aller... Nö. Ich esse tatsächlich ein gegrilltes Fleisch. Ein Wolfsfleisch. So. Ich muss hier rüber. Es ist gefährlich, die Reise, ha? Aber ich weiß nicht, wo da ist eine Höhle sein soll. Das sollen ja angeblich ehrsinnig viele Spinnen sein. Und da war ich tatsächlich noch nicht... Was ist da drüben eigentlich? Das blaue ist... Indigo. Weil Indigo-Pflanzen brauche ich eigentlich, glaube ich, für was Gutes. Aufgebaut. Was ist das da eigentlich? Leute, schaut einmal. Was ist das? Die Art Wien. Da haben wir die Art Wien, Leute. Wartet mal ganz kurz. Au. Ich seh nix. Wird ein Leiter. Ich seh nix. Boah. Diese blöden Pflanzen. Ich wollte eigentlich da gerade was versuchen. Weil wenn ich nämlich jetzt... Äh... Diese Hitch-Backe dann nehm. Diese Spitzhacke da. Kann ich da eigentlich Lehm rausbekommen? Weil Lehm ist auch eine... Nö. Das ist tatsächlich kein Lehm. Okay. Ich dachte mir, dass da vielleicht Lehm gibt oder so. Farmboden. Okay. Dachte ich mir, vielleicht gibt es da Lehm oder sowas. Da ist nämlich so eine doofe Pflanze. Schau doch mal da hinten. Hirte des Donners oder habe ich... Keine Ahnung. So. Das ist ein Schweizier, muss ich sagen. Schweine. Leute. Leute. Tschüss. Tschüss. Keule, das sind die Pflanzen. Da muss ich hin. Wurscht. Gehen wir weiter. Gehen wir einfach weiter, Leute, bevor ich da wirklich durchdrehe. Da ist irgendwo eine Höhle. Leute, ich muss was essen. Ich muss nämlich weiter. Schaut mal, ich habe da schon wieder einige. Ich bin bald da. Leute, ich bin das endlich umgangen. Was ist denn das da? Die Admin, genau. Da war ich ja jetzt. Ja, geil. So, die Handspindel der Jägerin. Das düstert dickig. Da werde ich jetzt wahrscheinlich sein. Was ist denn das da eigentlich? Darf ich mal ganz kurz was probieren? Ich frage euch. Was ist das da? Normale Steine. Nö, da ist ja gar nichts. Was ist da? Kupfererz. Ja, Kupfererz kriege ich da raus. Ich schau mal da rundherum, weil Kupfererz ist auch nicht unwichtig, schätze ich mal. Das ist nicht so oft. Kupfererz. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, da wird nicht mehr viel gehen. So. Ja, die Folge dauert ja auch nicht mehr so lange. Irgendwann nochmal. Ich schwöre es, das ist so schnell, dass eine Folge vergeht. Wie weit bin ich eigentlich? Okay. So. Schaut einmal. Da ist eine Höhle. Da habe ich solche Pilze. Servus, Höhle. Asua und Usula. Die sind recht wichtig, oder? Ist das die Höhle? Ah. Ah, was bist du? Oh, Leute. Diese blöden Windschweine. Ich hasse diese Windschweine. Kann man die entbären? Okay. Was ist das? Höhlenpassage. Miasma. Äh. Fackel. Ah, du saufig. Warte, ich seh nix. Oh, ich komm nicht raus. Boah. 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 Das ist doch Hammer. Okay, da runter. Leute, es ist Wahnsinn. Es ist absoluter Hammer. So viele Sch... Bin genau da war ich. Nein, es geht nicht. Öffnen. Was haben wir da? Für Brausgegenstände direkt benutzen. Legendae. Magischschaden. Nehmt. Nehmt. Also. Was ist ja da? Wir sind nicht ohne. Die Höhle durch, schätze ich mal. Dass wir doch die Höhle durch müssen. Ich glaube aber, dass wir dahin müssen. Nö, total nicht. Okay, hier.